119 zum Preview-Podcast vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg. Und es hat sich gelohnt, würde ich mal sagen, dass ich mit dem Podcast jetzt quasi hier am Freitagabend, Freitagnacht, darauf gewartet habe, dass die Spiele des HSV und Bielefeld vorbei sind. Da die auch wieder Ergebnisse geliefert haben, die natürlich für uns sehr wichtig sind und Heidenheim dazu auch noch gespielt hat beim HSV, die ja auch bei uns unten dran hängen oder hingen, soll ich jetzt mal sagen, gehe direkt darauf ein, Bielefeld hat 2 zu 2 gespielt gegen Karlsruhe zu Hause, auch Punkte liegen lassen, das war ein ganz verrücktes Ding irgendwie, ihr habt die Spiele nicht verfolgt, aber im Ticker gesehen, dass tatsächlich dann kurz vor Schluss, oder was heißt, kurz vor Schluss, Schlussphase am 80. ist 1 zu 1 für Bielefeld fällt, dann in der neuen Nachspielzeit macht erstmal Karlsruhe 2 zu 1 und dann eine Minute später macht Bielefeld 2 zu 2 aus, also hätten sie ja auch fast sogar verloren gegen HSC zu Hause und der HSV zu Hause verloren gegen Heidenheim. mit 0 zu 1. Beide auch mal schön zu sehen, extrem viel mehr Ballbesitz für Bielefeld, extrem viel mehr gespielte Pässe, extrem viel mehr Torschüsse, dasselbe auch beim HSV, die können also auch genau gleich wie wir können sie verlieren. Man hat auch so ein HSV auf Twitter gesehen, lustigerweise gesagt, seitdem der Mislintat quasi so gratuliert hat nach dem 6-2, als er gesagt hat, ich gratuliere dem HSV zur Meisterschaft, seitdem läuft es irgendwie nicht so rund, wie es da lief für den HSV. Man kriegt einfach das Gefühl, wird man nicht los, dass irgendwie wieder gefühlt keiner aufsteigen will. Es ist so ein unsagbar absolutes Schneckenrennen da oben. Da der HSV verloren, ist noch 3 Punkte und 10 Tore besser als wir. Bielefeld ist jetzt halt wirklich 7 Punkte und 10 Tore besser als wir, weil das ist positiv bei Bielefeld und für Bielefeld. Die verlieren halt nicht. Die gewinnen zwar gerade nicht mehr, aber sie verlieren zumindest nicht. Sie sammeln immer wieder den eigenen Zeller, nehmen sie doch immer mit. Und man kann auch gleichzeitig Bielefeld zur Herbstmeisterschaft gratulieren, weil die sind nicht mehr aufholbar. Klar, wir haben noch den 18. Spiel, den ersten Spiel der Rückrunde auch noch mit drin, aber nach der Hinrunde, nach dem nächsten Spiel der Geschehenrunde vorbei und da ist dann Bielefeld Herbstmeister, Hinrundenmeister. Gratulations gehen raus. Und jetzt sind wir tatsächlich auf Platz 4. Wir sind tatsächlich auf Platz 4, punktlich mit Heidenheim. Die haben aber 3 Tore besser. Unter uns kommt noch Aue. Die haben 3 Tore schlechter. Wenn die morgen tatsächlich in Hannover gewinnen, halt mit diesen passenden Punkten, dann könnten wir sogar bis auf Platz 5 runterrutschen. Hui, ui, ui. Also man mag sich gar nicht vorstellen, was da passiert, wenn wir am Montag nicht gegen Nürnberg gewinnen. Und ich sehe es einfach auch, dass wir nicht gegen Nürnberg gewinnen, weil wir spielen gerade keinen besonderen Fußball. Plus wir haben eigentlich relativ gleich, oder fast sogar gleich, ich meine auch letzte Radarsv in Osnabrück, vor allem in Bielefeld, die haben ja glaube ich irgendwie unschieden gespielt oder sowas, an die Bielefeld gewonnen haben, als Fahrrad verloren, genau. Und Heidenheim und so haben gepatzt und Aue. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Dann, ja, das ist wieder genau dieselbe Steilvorlage wie vor letzter Woche in Sandhausen. Wir haben es nicht geschissen bekommen und waren nach 30 Sekunden nicht körperlich und vom Kopf auf den Platz. Also ich bin, ja, boah, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Weil das ist so eine Steilvorlage, dass du mit Hamburg punktgleich sein kannst. Und wenn du es halt nicht schaffst zu gewinnen, dann kannst du wirklich im dümmsten Fall, oder was heißt nicht zu gewinnen, wenn du am Montag verlierst, und wie gesagt Aue gewinnt in Hannover, mit halt passenden Toren, sondern nicht viel Unterschied, dann bist du tatsächlich am Montagabend, wenn es ganz, ganz scheiße läuft, der Spieltag auf Platz 5, auf Platz 5. Und da ist halt echt, puh, da ist natürlich Alarmstufe rot, aber mal sowas von angesagt. Also das wäre, boah, da spielt uns zum Glück so ein bisschen rein, dass wir die absoluten, oder nicht die absoluten, aber an sich Montagabendspielkönige sind. Ne, habe ich jetzt hier irgendwo gelesen. Wenn ich es finde, die Statistik. Ich finde es gerade nicht, aber ich meine, wir haben neun Montagabendspiele gemacht. Ich glaube, das ist Liga-übergreifend und haben davon sieben gewonnen, ein Unentschieden und eine Niederlage. Ich meine, das ist Liga-übergreifend. Wir hatten ja ein Montagabendspiel gegen Bremen, das allererste, glaube ich, aller Zeiten sogar, wo wir 6-2 waren, glaube ich. Ich meine, das war diese Niederlage, weil mir fällt gerade aus dem Stehgreif kein Montagabendspiel ein, was wir in der zweiten Liga verloren haben. Ja, da kommt jetzt vielleicht eins dazu. Ich bin mir da echt sehr, 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 sehr unschlüssig, ob wir da wirklich zu Hause gegen Nürnberg performen werden. Wir haben ja nur die perfekte Vorlage, plus Walter hat den Druck. Man hat es auf dem PK gemerkt, dass der da wirklich angedockt ist. Also, das klang auch krankheitlich ein bisschen angedockt. Das sind ja alles so ein bisschen, so wenigstens ein bisschen am Kränkeln, was Erklärung und sowas angeht. Und Halsschmerzen und bla, bla, bla. So hat es sich beim Walter zumindest angehört. Und der ist halt echt gefragt. Du musst jetzt gegen Nürnberg zu Hause halt sowas von gewinnen. Wenn du es schon in Sandhausen nicht machst, dann musst du es gegen Nürnberg jetzt gewinnen. Du hast dieselbe perfekte Vorlage. Der HSV verliert und Bielefeld verliert. Spielt unentschieden, gewinnt nicht. Man stelle es sich einfach mal vor, der HSV und Bielefeld würden weiterhin so dominierend oder halt so, ja, einfach ergebnispassend spielen, wie sie da vorgemacht haben, und gewinnen die letzten beiden Spiele. Zum Beispiel der HSV. Der HSV hat jetzt sechs Punkte mehr, ja, wäre mit 35 Punkten weg. Und Bielefeld hat ja, glaube ich, hat letzte Woche gewonnen. Dieses Unentschieden, dann wären die jetzt auf 35 Punkten. Also, dann wären wir mal richtig weit weg. Wenn man natürlich dazu sagt, dass wir auch unsere Spiele halt weiterhin verlieren, ne. Natürlich alles nur irgendwelche Hochrechnerei, aber man stelle es sich vor, also zum Glück, zum Glück sind die auch alles andere als stabil. Auch der HSV aktuell scheinbar nicht. Aber Bielefeld ist zumindest so stabil oder so klug genug, dass sie zumindest diese scheiß Spiele nicht verlieren, ne. Das siehst du wieder. Das ist das typische Glück quasi eines Aufsteigers. Du schießt irgendwann nach 80. den Ausgleich in den KSC zu Hause, kriegst dann nach 91. das 2-1 und schießt nach 93. noch selber das 2-2, damit du das scheiß Spiel wenigstens halt nicht verlierst, ne. Und so addieren sich irgendwann diese Punkte auf. Also Bielefeld ist gerade, wie gesagt, ich halte nicht mit meiner These, bis sie aus Bielefeld irgendwann noch abrutschen wird. Ich halte mich da weiterhin dran, ne. Ich verwerfe die nicht. Aber Bielefeld ist gerade definitiv, ja, einfach weg, ne. Die sind 4 Punkte auf den HSV und die haben jetzt 7 auf uns. 7. Fucking 7. Das heißt, wenn man das Spiel gewinnt, sind es auch immer noch 4. Das sind ja schon wieder 2 Spiele. Beziehungsweise es waren, gut, es waren bei uns eigentlich schon immer 2 Spiele, weil die vom Torverhältnis ja sowieso beide weg sind. Hamburg und Bielefeld. Heidenheim und Aue haben ja wenigstens und alles, was da drunter kommt, wenigstens ähnliche Toddifferenzen. Junger Fisch. Da kann man morgen mal gucken, nach Hannover gucken. Aber denen scheint es ja gerade sich wieder so ein bisschen zu fangen wenigstens. Die haben ja bei Pauli gewonnen, auch wenn die ja auch nicht so geil drauf sind gerade. Aber bei denen sieht es ja gerade zumindest besser aus wieder mit dem neuen Trainer als bei Nürnberg noch. Mal gucken. Die sollten es schon irgendwie hinkriegen, dass morgen Aue nicht gewinnt, damit wir zumindest nur Heidenheim am Hals haben. Die kommen ja auch quasi dann direkt. Wir haben ja jetzt noch Nürnberg zu Hause, die ja auch gerade absolut angeschwächt kommen, zu Hause gegen Wien Wiesbaden verloren haben und das anscheinend auch noch hochverdient. Eieiei, es ist wieder Aufbaugegner. Level over 9000. Und bei den Vorlagen, es wäre VfB-typisch, wenn man das am Montag zumindest mal nicht gewinnt. Und boah, das wäre natürlich richtig geil. Wenn am Montagabend schon sowieso sehr viele mit einer ähnlichen Meinung wie ich wahrscheinlich reingehen, die sich denken, ja, fuck, müssen wir eigentlich gewinnen, aber wir gehen einfach davon aus, wir schaffen es wieder nicht und das Spiel wieder vor sich hin plätschen oder sowas. Dann hast du da, das Stein wird sowieso quasi nicht voll, habe ich so das Gefühl. Also ich habe mal geschaut, so nach Tickets und sowas, mal geschaut, da ist ja extrem viel noch frei. Also gut, der Reit scheint da gerade echt nicht mehr so groß zu sein. Klar, auch KSC und so, waren ja 55.000 und sowas da. Ich glaube, das war das erste Spiel, wo wir mal wieder irgendwo im niedrigen 40.000 im Bereich sind, was immer noch krank ist für Zweite Liga. Aber da hat dann gerade tatsächlich wahrscheinlich weniger Leute Bock, Montagabends, Arsch ist Kälte vermutlich, um dann auch gegen Nürnberg und dann noch in so einer Phase gerade in Stein zu gehen. Nachvollziehbar, aber ich glaube, das war wahrscheinlich die erste, etwas nach weniger aussehende Kulisse quasi. Bin mal gespannt. Das wäre natürlich ein Big Point, da jetzt die Punkte zu holen. Da musst du einfach mal dem gerecht werden, was alle immer sagen. Wir haben einen starken Kader, wir sollten diese Liga nominieren, dem musst du einfach mal gerecht werden langsam. Mal gemerkt, der Walter übt das erste Mal endlich auch Kritik an der Mannschaft, war richtig angepisst nach diesen scheiß Standarddingen und kriegst in 14 Spielen, ich glaube, ein Standardgegentor oder so, verteidigst den KSC, die da mit die Besten sind in der Liga, verteidigst sie ja locker weg quasi und dann kriegst du zwei Standardtore nach dem selben Prinzip, wo auch gesagt, ja, wir wollen eigentlich nach vorne verteidigen und immer auf den Ball und wenn dann beim zweiten Tor auf einmal drei Spieler auf die Torlinie rennen und nichts gegen den Ball, das macht mich einfach nur wütend und das endlich mal, wenn er so auch im Training den Ton anlegt, weil der Mannschaft mal ein bisschen mehr klar macht, um was es hier geht mittlerweile, ist nicht, als hätten wir irgendwie vier, fünf Punkte Abstände, wir haben einfach nur das Glück, dass sie da oben genauso das Schneckenrennen befeuern wie wir und da auch nicht von der Stelle kommen quasi da oben und immer noch akzeptable Abstände auf uns halten dadurch oder für uns immer noch spielen dann quasi da oben, dass das langsam die Stunde geschlagen hat, weil auf Platz drei am Ende oder in der Rente um Platz vier, drei und sowas hat eigentlich am Ende keiner Bock und das ist auch nicht eigentlich unser Anspruch, wir sollten eigentlich mit dem Kader ganz normal aufsteigen, wie gesagt, ob zwei oder eins sei mal hingestellt, ist relativ egal, wir haben gegen Nürnberg auch gar nicht so einen schlechten Rekord allgemein, sehr viele Heimsiege, auch aussetzt nicht schlecht dabei, das letzte Heimspiel war dieses tragische 1 zu 1 und das war glaube ich die Woche vor dem 6 zu 0 in Augsburg, das war ein super Tag, wo ich in Augsburg war und das 1 zu 1 davor war ja, obwohl nee, das 1 zu 1 war Darden und danach kam Leverkusen und dann kam Augsburg, das 1 zu 1 war ich der Punkt, wo ich gesagt hätte, jetzt musst du eigentlich einen Weinzier rauswerfen, weil da ging eigentlich eine ganz akzeptable Phase oder eine bessere Phase, wo du übrigens kämpferisch auf dem Platz warst, auch in Dortmund und sowas gut gespielt hast, schon fast einen Punkt mitgenommen, hättest schon sowas gegen Hoffenheim zu Hause gepunkt ist, gegen Leipzig knapp verlierst und so Sachen, da haben die Ergebnisse auch nicht gestimmt, zumindest die Einstellung und dann gegen Nürnberg hättest du das Spiel eigentlich hochverdient verlieren müssen, richtig scheiße gespielt, hat noch Kabaks 1 zu 1 gemacht zum Glück, aber das war eigentlich der Zeitpunkt, wo ich hätte sagen müssen, okay gut, das war es jetzt, jetzt musst du eigentlich rausschmeißen, Leverkusen so ein Anlaufspiel nochmal und dann in Augsburg nochmal irgendwie versuchen, weil wie gesagt, wenn man die Gegenrechnung macht, wenn du gegen Nürnberg zu Hause gewinnst oder so oder gegen Augsburg auswärts gewinnst, dann steigst du nicht ab in der Saison, dann wirst du nicht 16 in der Saison, fertig aus, das ist halt einfach unsagbar bescheuert gewesen, aber gut, das ist jetzt sowieso schon vorbei, das Thema Abstieg, aber ist immer noch extrem unnötig und dumm gewesen, aber hochverdient gewesen abzusteigen, ich sag gar nicht mehr, schlechte Statistik, keine schlechte Monagabendstatistik, keine schlechte Nürnbergstatistik, ja und jetzt wie gesagt, dann hast du Nürnberg als Aufbaugegner zu Hause am Montag, danach hast du auswärts wieder Montagabendspiel, das werde ich dann vermutlich wieder hier meinen Livestream reinhauen, meine Live-Reaktion ist streamen auf das Spiel in Darmstadt dann, auch wieder Aufbaugegner over 9000, die sind ja auch irgendwo da unten am rumtumpeln, hier 12 da, irgendwie spielen die jetzt in Wiesbaden, das ist interessant, weil Wiesbaden ist ja scheinbar gerade nicht so schlecht drauf, wenn die in Nürnberg gewinnen, auch wenn man halt absolut nicht weiß, wie man das einzuschätzen hat, auch vom Kader her, klingt das nicht so schlecht in Nürnberg zu gewinnen, und das ist noch überzeugend anscheinend, wie gesagt, und dann hast du noch Hannover auswärts, da weiß ich nicht, ob es eine Live-Reaktion gibt, weil ich meine, da bin ich schon wieder zu Hause, da ist dann diese kurze vorliegungsfreie Zeit mit Weihnachten, Silvester und sowas, ich meine, da gibt es dann keine Reaktion, ich meine, da bin ich zu Hause so und schaue es mir da an, die sind ja auch wieder Aufbaugegner, und wenn es bei denen gerade weiterhin quasi so läuft, jetzt rein vom Ergebnis her, die haben jetzt in Fürth, äh, nicht in Fürth, was glaube ich da, in Pauli gewonnen, dann haben wir zu Hause gegen Darmstadt 2-1 verloren, das ist halt echt extrem traurig, wenn man die Tabelle anguckt, das sind halt genau die beiden Aufbaugegner gegeneinander, und da gewinnt auch noch Darmstadt vor dem Spieltag, vor diesem jetzt hier, dann haben sie wie gesagt jetzt in Pauli mal gewonnen, jetzt mal gucken, was sie morgen gegen Aue machen, die sind ja auch nicht schlecht drauf, dann haben sie Bochum auswärts, und dann kommen sie gegen uns, also, das wäre auch wieder Aufbaugegner, wie er im Buche steht für uns, und dann ist, äh, wie gesagt, die Hinrunde plus der erste Spieltag der Rückrunde, komischerweise ja, ähm, vorbei, und wir haben unsere Winterpause, mal gucken, ob wir in der Winterpause schon irgendwas machen müssen, weil wir jetzt die nächsten drei Spiele auch wieder scheiße spielen und halt irgendwie keins davon gewinnen oder sowas, dann wird die Luft da langsam echt eng, ob ich dann Bock hätte auf die Jan Sievers der Welt oder was immer da im Raum steht, weiß ich nicht, hab gesehen, Nico Willig hat verlängert in der U19, sehr, sehr wichtiger Schritt, den würde ich auch definitiv nochmal als Trainer bei uns sehen in der ersten Mannschaft, da zumindest dieser kompletten Lachtruppe der letztes Jahr, oder zumindest Lachtruppe in der Verfassung letztes Jahr mit dem Abstieg nochmal ein bisschen Wind eingehaucht gehabt und wenigstens ein bisschen die Grundtugel zurückgebracht, den fände ich wie gesagt gar nicht mal so verkehrt, wenn du jetzt einen Ersatz brauchen würdest für den Walter, würde ich wirklich noch am ehesten den gerne nehmen und sehen, der kommt vom VfB selbst, du musst da keinen großen Trainer Galama machen, der kommt vom VfB selbst, hat auch schon geschnuppert, mit den Profis zu arbeiten, klar, sein U19 macht ihm ja auch scheinbar Spaß, aber der hat bestimmt auch nichts dagegen, wenn er bei uns Trainer wird, in der richtigen ersten Mannschaft quasi, kommt aus dem Klub direkt, Hitzesberger und Co und so kennt ihn, also das wäre für mich die logischste Lösung, wenn man jetzt wieder die Trainerdebatte hier irgendwie anheizen vermag, wie es jetzt zum Beispiel hier wieder Klub Schucki TV oder sowas war, dass hier irgendwelche Umfragen schon gestaltet haben, ist weiter noch der richtige, ist einfach sinnloses Angestifte von irgendwelchen Diskussionen oder so, die es nicht braucht, wenn wir jetzt am Montag da einfach, was ja immer noch die große Hoffnung ist, einfach am Montag einen relativ entspannten oder ganz normalen Sieg da mitnehmen, dann sieht es wieder alles anders aus, sondern genau dasselbe, du hast da jetzt irgendwie total dumm in Osnabrück verloren und dann gewinnst du danach das Derby gegen gegen KSC zu Hause gewonnen, mal kurz abgelenkt, gegen KSC zu Hause gewonnen und dann klang da auch wieder alles nach Friede, Freude, Eierkuchen, 3-0 gewonnen, geil, jetzt haben wir die Wände und so Derby-Ding und jetzt verlierst du in Sandhausen richtig dumm, klar wir hatten diese Absetzentscheidung gegen uns, richtiges, richtige Krankheit diese Absetzentscheidungen, aber man muss sagen, jetzt gab es tatsächlich auch mal was von der UEFA selbst, so gefühlt vom Zeitpunkt her, gefühlt wegen diesen Gomez-Entscheidungen, ich glaube der UEFA-Präsident war es, wie heißt der, Zepharin oder so, Zeterin oder so, fragt mich nicht, keine Ahnung, irgendwie so nach dem Motto heißt der, der auch tatsächlich über sowas nachdenkt, so nach dem Motto, wie beim Blitzer und so, quasi so ein bisschen Begriff nicht ein, aber das war quasi beim Abseits, beispielsweise um die 10 bis 20 Zentimeter Heiz, glaube ich, dass du halt so eine Schwelle hast, so ein, aber da fällt das Wort nicht ein, aber ihr wisst, was ich meine, genau, ich weiß nicht, wie gesagt, das ist dann auch wieder so ein Ding an sich, das ist clever, weil wie gesagt, ich habe ja diesen, ich glaube auch auf Twitter auch dann verlinkt, diesen Artikel gelesen von, ich glaube, rund um den Brustring war das, dieser geile Artikel, wo der das physikalisch runtergebrochen hat, wo der Gomme sich einfach quasi über einen anderen Frame nimmst, sich um 14 Zentimeter hätte bewegen können und sowas und sowas eine willkürliche Linie ist, die da eingezeichnet wird, die einfach purer Bullshit ist, diese Linie, die da eingezeichnet wird und physikalisch völlig daneben ist, sowas als faktisch richtig anzuerkennen, weil es einfach irgend so eine willkürlich hingesetzte Linie ist, weil diese Sequenz oder diesen Moment, wo der Ball wirklich den Fußbüro gar nicht perfekt festhalten kann, mit diesen Bildraten und sowas, wie es überspielt wird und aufgenommen wird und bla 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 mit dem Videobeweis und so schnell wenn die Zellinie dahin kalibrieren muss und sowas, deswegen sind die Entscheidungen mit drei Zentimeter halt absolut lachhaft und wie gesagt, früher, noch ohne Videobeweis, wenn sowas dreimal passiert wäre, wenn sowas dreimal passiert wäre, so oft so eng im Abseits kann der gar nicht stehen, im Zweifel für den Angreifer, was ja auch schon jetzt nicht mehr geht durch den Videobeweis, im Zweifel für den Angreifer, ein Tor von den drei Dinger hätten sie halt safe durchgehen lassen, weil es dreimal so eng im Abseits stehen, das geht nicht, einmal pfeifen wir quasi im Zweifel für den Angreifer, passiert halt nicht mehr, wird heutzutage nicht mehr passieren und deswegen war die Regler an sich, ja, denke ich relativ richtig, hat auch gesagt, heutzutage, wenn du eine lange Nase hast, stehst du halt im Abseits, stimmt ja auch, so dumm ist es ja auch heutzutage, ist halt nur schwer dann sowas, wenn du in so eine Helmschülle reinhaust von, sagen wir jetzt halt 10 bis 20 Zentimeter gelabert, sag mal, einfach mal den Mittelwert 15, dann gibt es ja die Diskussion, ja toll, stand ich halt 16 Zentimeter im Abseits, toll, wegen einem Zentimeter war ich jetzt raus aus diesem Bereich und sowas, wie gesagt, diese, Diskussionen werden einfach nicht abkommen und wie gesagt, das Hauptziel des Videobeweises irgendwelche deutlichen Fehlentscheidungen zurückzunehmen und zu ändern wird schon lange verfehlt, schon lange nicht mehr aktuell das Thema, wird gegenseitig scheiße abgeführt und der Elfmeter, den wir in Sandhausen bekommen haben, war ja auch lächerlich, der schießt immer aus einem halben Meter den Arm aus dem Gelenk, tut mir leid, es ist, sorry, diese Regeln sind einfach alle, ja, nicht alle über den Kammschirren, einige sind auch irgendwo richtig, aber viele sind einfach Bullshit und wie gesagt, diesen Fakt nach dem Motto, ja, Abseits ist Abseits, wurde durch diesen Artikel physikalisch und belegbar und alles auch richtig schön einfach zunichte gemacht und zerstört. Ja, aber wie gesagt, man wird diesen Videobeweis leider nicht mehr los, der ist aber schon zu weit und zu viele Leute und zu überall quasi eingestellt und in großen Turnieren, in den größten Ligen und sowas, auch bei der WM, EM, selbst in der zweiten Liga bei uns ja jetzt ist überall mit dabei, den Kriegstall jetzt nicht mehr wieder verdrängt, würde mich zumindest sehr, sehr wundern. Mal gucken, ob sich das ändert. Wie gesagt, der Hauptgrund oder das Hauptziel nach dem Motto, wir wollen weniger Diskussionen, wir wollen fairer Sport, das klappt ja gerade überhaupt nicht. Bestimmt können sich wieder irgendwelche Statistiken irgendwie retten nach dem Motto, jo, wir haben von 60 Entscheidungen und waren 50 richtig oder sowas mit solchen Statistiken, aber dann kannst, ja, das sind trotzdem wieder 10 zu viel, die ja wahrscheinlich auch einige Bullshit waren dann oder zum Beispiel, das war auch wieder so ein Traumbeispiel, das Elfmeter von oder für Union Berlin auf Schalke, wie du ja weißt, ich meine, ich weiß nicht, ob er das richtig angeschaut hat oder nicht, aber ein Zeichen aufs Ohr muss er eigentlich bekommen haben, weil der Typ hebt dann einen halben, sagen 20, 30 Zentimeter, hebt der vor dem abgefühlt eindeutige Schwalbe, gelbe Karte und in Zeiten des Videobeweises wird so ein Treffer, so ein Elfmeter gegeben, das ist halt der DFB oder die Schiris oder allgemein das Gedöns da, die liefern sich, die liefern jeden Spieltag aufs Neue, die liefern sich irgendwelche Beispiele, die sie direkt quasi als Gegenargument gegen sich haben für ihren oder gegen ihren tollen Videobeweis und deswegen erfüllt es einfach den Zweck nicht, wir haben immer noch genau gleich viele Diskussionen oder, was heißt gleich viele, wir haben noch mehr Diskussionen, weil man einfach weiß, super, die Szene war völlig falsch, man hätte es jetzt zurücknehmen können, können oder müssen, früher hätte ich dann gesagt, ja gut, Scheiße, ist halt vorbei, kann man nicht mehr ändern, aber jetzt weiß man halt, dass es geändert hätte werden können, das tut noch mehr weh, wenn man weiß, das ist eine eindeutige Schwalbe, aber du konntest es überprüfen, du hättest dir auch die Zeit nehmen können, was sie ja immer machen, sich gefühlt vier Minuten an diesen Bildschirm zu stellen und sich 70 Mal die Wiederholung reinzuhauen, haben sie aber nicht gemacht, obwohl sie es haben, das tut halt noch mehr weh, und macht noch größere Fehlentscheidungen und noch bescheuerter und noch größerer Diskussionsstoff, also das ganze System, bin ich kein großer Fan von, klar, wenn man davon profitiert, ja, immer nicht, wenn man davon profitiert, aber tut man halt in den meisten Fällen eigentlich nicht, und wenn es wie gesagt nur um dieses Argument nach, wir haben von 60, waren 50 richtig, dann kann ich auch wieder das Gegenteil bringen, dass die 10 halt auch einfach zu viel sind und dann die 10 auch wahrscheinlich in den meisten Fällen absoluter Bullshit war, dass das falsch war, plus, dass sie halt absoluten Bullshit geliefert haben und scheiße gepfiffen haben und immer noch falsch waren mit den 10, in diesem Beispiel jetzt von mir mal hier ganz random, man kann es auch gegen ein Beispiel bringen, ja, von diesen 50 Entscheidungen, die dann richtig waren, jedes Scheiß-Tor überprüft mittlerweile, es wird jeder wieder, jeder Treffer wird gefühlt überprüft, also von diesen 50 gibt es im Stau auch irgendwie 30, 32, 33 oder sowas, wo es eindeutig war, dass da kein Problem war, aber halt wieder sinnloserweise irgendwie überprüft wurde, ob abseits oder sowas immer direkt überprüft ist, es geht ja gar nicht mehr darum, war eine Fehlenschein hat mir da Assistent irgendwas gesagt, nee, es wird einfach jedes Tor gefüllt routinemäßig direkt mal geschaut, auch wenn da offensichtlich gar nichts war, es wird direkt überprüft, man muss quasi gefühlt auf jeden Treffer doppelt und dreifach warten und hoffen, dass er noch zählt, das ist halt, ja, auch im Stadion nicht geil, ne, und dann sitzt von diesen 50 in meinem Beispiel jetzt wahrscheinlich auch bestimmt irgendwas um die 30, einen Ticken mehr oder sowas, einen Ticken weniger, die genau halt sowas dann als richtig gewertet werden würden in ihren Statistiken, obwohl diese Entscheidungen einfach, die hat es gar nicht gebraucht wahrscheinlich, solche Entscheidungen, aber halt routinemäßig direkt überprüft, dann kann man sich das als positives Beispiel, dass der Videobeweis funktioniert, dann wahrscheinlich auch noch ankreiden. Ja, werde ich kein Fan mehr von und ich freue mich auch schon auf diesen Spieltag, da gibt es tausende, tausende Stellen wahrscheinlich wieder, wo man diskutieren kann und wieder eindeutig sieht, dass das einfach nicht funktioniert, der Videobeweis. Damit habe ich glaube ich alles gesagt, Startaufstellung haben wir und stimmt, aber noch ein Ding, das fällt mir wieder ein, mal gucken, ob der Didavi wieder spielt, das ist auch so eine Statistik, dass wir glaube unter dem, unter dem lief es ja richtig gut, mit dem Didavi lief es richtig gut, diese ersten Ergebnisse quasi noch so dieses San Pauli und so, da wo man selbst so komische Spiele noch gewonnen hat und sowas gegen Fürth und so und seitdem der verletzt ist, seitdem er nicht mehr mit und nicht mehr mitspielt, kam diese, ist diese Phase eingetreten, weil wir sie verkackt haben. Klar, man kann es nicht an einem Spieler ausmachen, aber es ist halt statistisch schon interessant anzugucken. Mal gucken, ob man wieder, wenn die Didavi kommt, die Stabilität oder sowas oder die Tore vorne, die Kreativität, sonst was zurückkommt und die Siege zurückkommen. Mal gucken, ob man morgen, äh, morgen, am Montag direkt von Beginn an bringt. ich weiß nicht, ich weiß halt nicht genau über seinen Fitnessstand und sowas Bescheid, ob er die 90 Minuten durchhält und bla bla bla. wenn er sie durchhalten kann, dann muss er ihn bringen, so, fertig aus, bringen halt da vorne. Stattdem er da jetzt wieder irgendwie einen Clemens oder sonst was bringt da vorne, soll er den bringen. Ähm, gucken, was er dann für ein System spielt, ob er dann bei dem System bleibt. Wenn nicht, dann wird er halt irgendwie eingewechselt spielen wird er ziemlich sicher. Am Montag spielt er auch gegen seinen, ja, Tickenlecker her, aber gegen seinen Ex-Klub Nürnberg war ja auch eine Zeit lang, gehe ich mal davon aus, dass er spielen wird. Auch Sosa sehe ich wieder auf links. Mal gucken, wie sie das machen, ob Stenzel auf rechts nochmal darf. Das überlegen ja viele, ob er auf rechts dann einfach in Castro spielt, weil Stenzel auf jeden Fall war, ja, der hat nicht gut gespielt in Sandhausen, hat sonst immer eigentlich echt solide, gute Leistungen, braucht auch die Statistik an sich, liest sich ja noch nicht schlecht vom Stenzel. Wenn man so die Werte anguckt, Passgenauigkeit, bla bla bla, aber das ist, ja, vom Gefühl her war der einfach nicht gut und war auch einfach so gefühlt überfordert, kann man jetzt sagen, mit der Kapitätsbinde, die er jetzt erstmal anhatte und der braucht einfach Pause, der war ja, ist ja auch eigentlich, ja, als Rechtsverteidiger quasi unumstritten, da gibt es ja keinen, keinen Konkurrenzkampf und nichts, das heißt, der musste da eigentlich mal eine Pause geben, dann kann er dann Castro spielen, guck was er vorne macht, komm, das würde ich eigentlich auch nochmal bringen, der hat mich überrascht in Sandhausen, auch wie er die Dinger reingemacht hat, war ja echt wieder Oldschool, Gomez, eiskalt, drei Chancen, drei Tore quasi, mal gucken, ob er so ein Spiel nochmal erwischt, war natürlich geil, war jetzt halt nicht so stark, aber in Sandhausen war echt gut, kann man nochmal bringen, was er sonst bringt, weiß ich nicht, würde sich nicht viel am Personal ändern, Endo war ja auch noch okay und sowas, aber die drei Personen oder vier Personen, Gomez denke ich, wird wieder spielen, Stenzel könnte ich mir vorstellen, dass er eine Pause bekommt, und Sosa sollte eigentlich wieder spielen auf links und je nach Fitnessstand würde ich da wie auf jeden Fall spielen, ob jetzt von Beginn oder später, aber ich denke einwechseln oder seine Spielminuten bekommen würde, auf jeden Fall, dann bedanke ich fürs Zuhören, an die Leute auf YouTube, wo ich sie immer hochlade, aber auch gleicherseits auch an die, die auf Spotify zuhören, die paar Leute und dann hoffen wir, hoffen wir einfach, dass wir am Montag diesen scheiß Sieg, mit dem ich dann Montagnacht irgendwann nochmal hier unten in den Keller hocken kann, bevor ich am nächsten Tag wieder nach Ansbach zurückfahre und über einen Sieg reviewen kann. Bis dann!